Herzlich Willkommen im Autohaus Wismar. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder, wir haben immer super Angebote. Bis zum nächsten Mal. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.